Moin Leute, willkommen zurück zu einem neues Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir weiter Little Nightmares und ich habe keine Ahnung mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir hier in der Küche oder so. Und ich glaube wir müssen es hier ducken. Ah ok, ich glaube ich bin sehr neidisch wieder. Hier ist dieser Fettsack. Oh, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Na gut, aber wir sind weiter. Achtung meine Güte. Wie wusste der, dass ich da bin? Sag mal, hat er mich gesehen oder so? Mensch, Fräulein, da ist doch nicht so nett hier, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, es kommt der Profi. Jetzt zeige ich euch, wie man es richtig macht. Oh, scheiße. Lauf, Logi, lauf. Oh, Mama, da war ja. Nein, wo muss ich lang? Pa, was macht er da? Lecker. Da hat eine Maske auf. Okay, ich muss hier hoch, glaube ich. Hier hoch. Oh nein, ich muss da rauf springen, oder? Oh nein, ich hasse solche Balance-Dinger. Wo muss ich denn hin? Ich gehe mal da runter weiter. Oh. Oh, jetzt kackt mich, der kommt gleich hoch. Ups. Kommst du denn nicht hoch? Wieder versuchen, es zu greifen, dieser Fetter. Ich habe immer das Gefühl, dass er jetzt hier hochkommt. Oh, Mama. Jo, einfach ein Partner-Klo. Einfach so ein Partner-Klo. Wenn ihr eine Freundin habt, ja, setzt euch dann hier drauf. Genießt es. Eure gemeinsame Zeit. Oh, da ist wieder so ein Auge. Wir müssen ein Zwergchen folgen, oder? Warte mal. Kann ich das anschalten? Ich kann es anschalten. Äh. Ja, nee. Ja, nee. Das... Hier wollte ich nicht hin. Okay. Da schläft jemand. Und nur... schläft denn da jemand? wo muss ich hin ich habe keine ahnung wer das rat ist ich habe auch keine ahnung wo ich hin muss genau nimmt das man schmeißt es weg hast du gut gemacht logi ich bin stolz auf dich sehr schön ach schön ja sehr schön komm rauf hier muskel drin den kannst du nächstes mal machen hier dann kann ich hier wo soll ich denn hier hin oder kann ich hier wieder runter dessen schlüssel aber was war das jetzt hier gerade und wir müssen jetzt wieder hier durch darf uns nur nicht sehen und 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 Okay. Okay, er hat mich nicht gesehen. Okay. Alter. Okay, okay, weg hier. Los, geh weiter. Männchen, zu gehen aus. Auf was wartest du? Die dicken Würstchen. Komm schon. Schieb. Okay, dann mit Schwung. Los. Ach, ich muss da hoch. Ach so. Ja gut. Hallo. Jemand zu Hause? Oh mein Gott. Hier ist ein Fleischwolf. Oder ist das ein Befüller? Ja, sieh, diese Hände. Das ist ein Befüller. Ja, das ist ein komischer Befüller, aber... Luxus pur. Mh, schöne Würstchen. Seit wie lang soll ich das jetzt machen? Wie oft? Kommt doch kein Würstchen mehr raus. Fleisch haben wir auch nicht mehr. Mensch, Leute, es fehlt Fleisch. Ich brauche Wurst. Ja, ich kann nicht hier hoch? Schätzen wir ja, oder? Natürlich. Ah, jetzt sorgen wir für Fleisch. Mh, Schätzchen machen das hier. Oder auch nicht. Oder hier. Ja, sicher. So, Speicherplatz. So, was sollen wir hier tun? Wir können hier hochklettern. Hm. Nee, das war... Das war nicht gut. Aha. Aha. Aua. Warte mal, warte mal. Hat sich das Fleischstück da gerade bewegt? Ach, Mann. Was ist denn los mit der Logie? Stell nicht so an hier. Tatsächlich. Guckt euch das mal an. Hm, lecker. Braucht noch mehr, oder? Aber mehr haben wir ja nicht. Hm. Doch, da. Da liegt doch eins. Perfekt. Dann haben wir schon mal zwei Fleischstücken. Heißt zwei Würstchen mehr. Ich glaube, das müsste reichen. Hoffe ich mal. Aber ja, natürlich. Das müsste definitiv reichen, ne? Sag, rein mit euch. Ja, siehst du, sieht doch schon gut aus. Kann ich doch hier hochspringen und dann schwingen. Sack. Perfekt. So. Wo ist kommen wir denn jetzt raus? Aha. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und wir brauchen Schlüssel. Okay. Ich wusste, dass da irgendeiner runterkommt. Ja. Ich, ich hab keine Ahnung warum, aber irgendwie wusste ich, dass da irgendeiner drinnen steht. Okay, dann hab ich glaube ich einen Plan. Dann lege ich den Schalter um und laufe sofort zu dieser eine Kiste, die hier hier gerade stand und verstecke mich hier drinnen. Jetzt laufen, 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 springen, 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 verstecken. Hm, lecker Käse. Okay, es läuft weg. Dann kann ich doch hier rein, oder? Tatsächlich. Tschüss. Tschüss. Es hat mich gehört, es kommt. Es kommt. Es kommt hinterher. Ne, es kommt nicht. Doch, es kommt. Oh mein Gott, es kommt. Es kommt. Ach nö, komm ja auch nicht weiter. Ich muss da auch mit lang. Ach nö. Ach nö. Guckt euch das an, Leute. Das macht ihr mit mir bestimmt auch. Das macht es mit mir auch. Aber, ey, da ist der Schlüssel. Ja klar, genau auf dem Tisch gearbeitet. Oh Mama, ich kann unter sein Kleidchen gucken. Ich glaube, ich weiß, wie ich gemacht, wie, nee, nicht wie ich gemacht werden muss, sondern wie das gemacht werden muss. Ich glaube, ich muss irgendeinen Lärm machen. Dann kommt der Herr gedackelt. Und ich kann da schlussisch klauen. Und ja. Nein, will es nicht kommen? Das sind nur die Ratten, ne? Das hörst du jeden Tag auch, ne? Ja, ja. Hier ist ein Knopf. Warte mal, ich hab ne Idee. Oh Mama. Okay, schnell. Schnell, 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 schnell. Jetzt runter. Nein, ich kann mich nicht verstecken. Das muss jetzt schnell gehen, Leute. Komm schon, dreh. Dreh. Lauf, als wär's dein letzter Tag, Brüder. Kommt der? Höh, der kommt. Okay, rein da. Rein da. Yo. Okay. Alter, bin safe. Der kommt, oder? Ja, wo ist er denn? Hm. Ich dachte, ich muss jetzt auch mit rein. Oh nein, das ist, das ist, hier kommt der Müll immer rein. Oh nein, ich hab irgendwie grad Star Wars Flashbacks. Wie soll ich das Gefühl, dass die Wände gleich zusammengehen? Oh nein. Oh nein. Ey, es gibt's auch noch zwei von diesen Dinger. Okay, muss da hinten hin. Okay. Oh nein. Oh nein. ja genau das würde ich auch sagen war wohl nichts mit gut versteckt machen wir mal wieder hier in unserer müllhaufen auf klettern hier hoch sehr schön ja das war natürlich sehr gut gemacht zwar eine reifeleistung gut dann weiß ich ich glaube ich habe eine idee wie ich das mache es war richtig dumm aber es klingt gut gucken guckt der fette gleich irgendwie weg also der eine sieht uns nicht jetzt schon es sind beide uns ok warte ich muss es riskieren scheiße jetzt vor mama hier ist keiner geht ruhig wieder abwaschen genau tschüss verabschiedet euch holy shit alter es kommt er her war nee das gefällt mir nicht leute genau geh wieder weg tschüss tschüss grüßchen sayonara hier ist ein hebel ist das laut ich bin nicht hier tschüss boah alter das sind solche dinger alter na komm hoch hier solchen doch kommen dass euch hier auch klettern hallo hallo hey wie soll ich noch kommen würde ich verarschen und habe ich habe ich habe ein ganz mieses gefühl oh nein ich muss auf diesen teller turm hier rauf jetzt ab das gefällt mir gar nicht es kommt ja aber nicht hinterher oder anna no 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 hallo hier ist keiner hallo auch menschens kinder werde ich das machen sollen hey soll ich das machen wenn big mama der geist vor dreien berührt hat guckt euch das mal an als hätte er zehn jahre nix gegessen nämlich mit oh mein gott alter wir haben das noch ein bierflasche auf ich habe der winkt auch noch so ja schütz alter war das in der will okay damit haben wir jetzt die küche erfolge ist abgeschlossen leute ich hoffe euch hat die folge gefallen denn ja das ist nicht gerne wissen mit einem daumen nach oben oder mit dem like würde mich auf jeden fall daumen nach oben da ist dasselbe mit dem daumen nach oben oder mit dem follow also abonnent wir würde mich auf jeden fall freuen wir sehen uns in der nächste folge wieder leute dann wissen draußen wir sehen uns wieder haut rein heute ciao